Herzlich willkommen zum Videoblog von Herrn Steinwedel. Es geht jetzt darum, dass ich euch mal den Song, der gerade am Entstehen ist, Liebesinfektion, einmal in der Rohfassung vorspiele, damit ihr das gesamte Ding einmal im Kopf habt. Und von da aus werden wir dann in den Blogs und Videoblogs so lange weiter feiern, bis das ganze Ding dann komplett fertig ist. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, sprecht darüber, teilt es. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir gerne eine Mail oder auf meiner Website. Könnt ihr in den Kommentaren Fragen stellen. Los geht's. Liebesinfektion Version 0,9 sozusagen. Da, wo der Text noch nicht da ist, werde ich einfach lalala singen und ansonsten geht's los. Arrangement-mäßig. Ich stelle mir so einen zittrigen Shaker vor. Der vielleicht mit einer Bongo oder irgendeiner Percussion-Figur unterstrichen ist. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-ba-ma. Das geht vorbei 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 Keine Chance zu viel Das zieht nur Energie Die beste Medizin ist die Zeit Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh vorbei, es geht vorbei, keine Chance zu fliehen, das zieht nur Energie, die beste Medizin ist die Zeit okay, also das ist das Grundgerüst, Liebesinfektion, bleibt am Ball, in den nächsten Blogs und Videoblogs geht es dann weiter ich habe schon einen Rohentwurf in mein Aufnahmeprogramm gehauen und ich habe auch schon ein paar Leute zusammen getrommelt zu denen ich dann zeitnah fahren werde, damit wir mal ein paar Dinge aufnehmen das wird alles nur Demo-Qualität haben, aber der Spaß zählt und ich bin schon selber sehr sehr gespannt und freue mich richtig das Ding in Sack und Tüten zu bringen, bleibt also dabei, ich hoffe es gefällt euch und wir sehen uns so 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 Untertitelung des ZDF, 2020